Ich bin Detlef Heiderle und ich mache mich nun auf, der neue König zu werden. So, liebe Freunde, wir haben jetzt die Nase voll. Ich gründe jetzt eine Partei. Und zwar die Königliche Partei Deutschlands. Ich bin der Meinung, liebe Freunde, ein realeres Erscheinungsbild tut dieser Republik auf alle Fälle gut. Deutschland braucht unbedingt einen Leitwolf für Zufriedenheitspolitik. Unser Land ist ein starkes Land. Und mit mir wird es noch stärker werden. Mit dieser Unterschrift geht dieses Land einer noch glorreicheren Zukunft entgegen. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Das ist die Welt. Untertitelung des ZDF, 2020